Willkommen zu meinem Review-Video über die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse. In diesem Video werde ich dir alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es ein absolutes Must-Have für deine Küche ist. Aber bevor wir beginnen, vergiss nicht, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich dabei zu unterstützen, weitere tolle Videos zu produzieren. Die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse ist ein wahrer Gainshanger in der Welt des Kochens. Mit ihren zwei Fächern und einer Kapazität von 7,6 Litern ermöglicht sie dir nicht nur das gleichzeitige Zubereiten verschiedener Gerichte, sondern auch das perfekte Timing für ein gemeinsames Essen. Du kannst verschiedene Funktionen, Zeiten und Temperaturen in jeder Schublade nutzen, um komplette Mahlzeiten in einem Gerät zuzubereiten oder auf unterschiedliche Geschmäcker einzugehen. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften dieser Fritteuse ist ihre Energieeffizienz. Du kannst bis zu 55% Energiekosten im Vergleich zu Backhöfen sparen. Das bedeutet nicht nur eine Ersparnis für dich, sondern auch für die Umwelt. Und das ist noch nicht alles, die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse bietet dir sechs verschiedene Kochfunktionen, darunter Max Crisp, Airfrei, Rösten, Backen, Aufwärmen und Dehydrieren. Du kannst von gefroren bis knusprig kochen und dabei bis zu 75% weniger Fett verwenden als bei herkömmlichen Fritteusen. Mit einem großen Fassungsvermögen von vier bis sechs Portionen kannst du problemlos eine ganze Familie oder Gäste bekochen. Jede Schublade fasst bis zu ein Kilogramm Pommes oder ein 1,6 Kilogramm Huhn. Und das Beste daran ist, dass du bis zu 75% schneller kochen kannst als mit herkömmlichen Umluftöfen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse wird mit zwei antihaft beschichteten, spülmaschinenfesten 3,8 Liter Schubladen geliefert. Die Reinigung ist also ein Kinderspiel. Und als Bonus erhältst du einen von Chefköchen erstellten Rezeptführer, der dir dabei hilft, das Beste aus diesem Gerät herauszuholen. Aber lass uns nicht nur über die Funktionen sprechen, sondern auch über die Meinungen von zufriedenen Nutzern. Raphael sagt, die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse hat sich als unverzichtbares Küchengerät in meinem Haushalt erwiesen. Die Ergebnisse sind immer beeindruckend. Und Rüschi fügt hinzu, die Bedienung ist intuitiv selbst ohne Anleitung und das Gerät ist extrem leise. Auch Hannes ist begeistert. Ob Bratwurst, Hähnchen, Fisch, Gemüse oder Fleisch, die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse ist einfach toll. Ich nutze sie fast täglich und bekomme unsere vierköpfige Familie damit gut satt. Diese positiven Bewertungen sprechen für sich und zeigen, dass dieses Produkt wirklich hält, was es verspricht. Abschließend möchte ich sagen, dass die Ninja Foodi Dual Zone Digitale Heißluftfritteuse ein absolutes Must-Have für jede Küche ist. Mit ihrer Vielseitigkeit, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit ist sie ein wahrer Game-Changer. Du kannst nicht nur köstliche und gesunde Mahlzeiten zubereiten, sondern auch Zeit und Energie sparen. Also zögere nicht länger und klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um dieses erstaunliche Produkt auf Amazon zu kaufen. Du wirst es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.